Du bist dir als Mann nicht sicher, was du noch sagen kannst und was nicht. Guten Tag zusammen. Oh, schöne Hose. Sitzt gut. Können sie gut tragen bei den Beinen. Was tut das denn hier zur Sache? Das war ein ganz normales Kompliment. War das jetzt sexistisch oder was? Mach den Knast-Test. Würdest du sowas im Knast hören wollen? Schöne Hose. Sitzt gut. Kannst du auch tragen bei den Beinen. Was tut das denn jetzt hier zur Sache? Das war ein ganz normales Kompliment. Können Sie mir noch Papier geben? Können schon. Aber was kriege ich dafür? Das war ein Schechherz. Darf man jetzt nicht mal mehr Witze machen oder was? Der Knast-Test verrät's. Können Sie mir noch Papier geben? Können schon. Aber was kriege ich dafür? Entschuldigung. Ah, Frau Gruber. Hallo, Chef. Ich wollte dir noch mal sagen, wie toll Sie das alles machen. Bei so vielen Showbys bestimmt nicht immer einfach. Ach, das geht schon. Zu Hause wartet doch bestimmt jemand auf Sie, oder? Nee. Ehrlich gesagt wüsste ich nicht, was Sie das angeht. Dann kann ich ja mitkommen. Oh, fuck. Na, in der Zelle wartet doch bestimmt jemand auf dich, oder? Sei kein Sexist. Mach den Knast-Test.